Der beste Mann der Welt, der Star unter den Investoren. Warren Buffett hat 62 Milliarden Dollar auf seinem Konto. Und wenn er im Mai mit seiner Firma Berkshire Hathaway in Omaha die Generalversammlung durchführt, dann pilgern Zehntausende dorthin. Auch Arthur Honecker, unser Korrespondent in den USA, war in Omaha. Nicht unbedingt in der Hoffnung, sein Vermögen zu vermehren, sondern in der Hoffnung, mit dem Vorbild aller Anleger persönlich ins Gespräch zu kommen. Die Pilgerstätte des Shareholder Value, das Quest Center in Omaha, Nebraska. Aus allen Herren Länder strömen sie herbei, um einen Mann sprechen zu hören. Warren Buffett, Investmentpapst und reichster Mann der Welt. Ein Popstar des American Dream. Buffett selbst nimmt den Kult um seine Person und sein Geld mit Humor. Wenn ich wollte, könnte ich 10'000 Leute anstellen, nur um jeden Tag mein Porträt zu malen. Und das Bruttoinlandprodukt würde steigen. Solche Zitate liebt Buffett. Interviews liebt er weniger. Und schon ist er weg. Im Quest Center sammeln sich derweil seine Fans. 31'000 Aktionäre sind dieses Jahr gekommen. Ein neuer Rekord. Viele sehen hier zum ersten Mal, worin sie eigentlich investiert haben. Denn Buffetts Berkshire Hathaway-Gruppe ist alles andere als übersichtlich. Vom Schokoriegel über die Versicherung bis zur Privat-Airline, vom Futtertrog bis zum Cowboy-Stiefel. Buffetts Gemischtwaren-Laden generiert für Aktionäre absolute Traumrenditen. Freunde von mir haben als 20-jährige Aktien gekauft. Die sind jetzt fünfmal so viel wert. Ich kann hier investieren, ohne einen Portfolio-Manager zahlen zu müssen. Ich weiss ja, was ich will. Berkshire Hathaway, die Insel der Glückseligen in der Investmentwelt. Und genau so präsentiert sich der Konzern. Die Einladungen sind mit kleinen Comics verziert, die Zugangsausweise ebenso. Kapitalismus mit einem Schuss Ironie. Das ist typisch Warren Buffett. Regel Nummer eins. Kein Geld verlieren. Regel Nummer zwei. Regel eins einhalten. Buffett ist mehr als ein Investor. Er ist eine Ikone. Nirgends wird das deutlicher als hier. Vom Buffett-Ball über Buffett-Shirts und Buffett-Sammelkarten bis zum Schnappschuss mit dem Idol aus Pappe. Warren Buffett Superstar. Er versucht nicht, die Leute zu beeindrucken mit komplizierten Sätzen. Er ist ein Genie, der mit den einfachsten Worten alles erklärt. Er war immer mein Vorbild. Neben meinen Eltern wohl das Wichtigste überhaupt. Der Mann kann einfach ein Geschäftsführer lesen, er versteht ihn. Und er ist einfach ein ehrlicher, geradliniger Mann ohne Schnittgeschnack. Er ist nicht arrogant. Er steht mit beiden Füssen am Boden. Und er ist einfach, wie sagt man dem, bei ihm ist alles mit einem gesunden Menschenverstand. Dieser Mann weiss, wie man Geld macht. 31'000 Aktionäre wollen seinen Reden zuhören. Leider herrscht bei der Versammlung absolutes Filmverbot. Trotzdem interessieren sich hunderte Journalisten aus der ganzen Welt für den grossen Meister. Nicht zuletzt auch wegen seiner Weisheiten. Ich kaufe ja teure Anzüge. An mir sehen sie einfach billig aus. Und siehe da, plötzlich steht er da. Und er spricht. Allerdings nur mit wenigen ausgewählten Fernsehteams. Und das auch nur kurz. Leider gehören wir nicht dazu. Und wer ihm einmal nahe war, dem Orakel von Omaha, der scheint augenblicklich zum Buffett-Fan zu werden. Wie der Porträtmaler. Herr Buffett hat eine Persönlichkeit, die einen einfach packt. Ein warmes, freundliches Lächeln, offene, neugierige Augen. Ich weiss nicht. Bei ihm fühlt man sich einfach gut. Neben seinem enormen Wissen in finanziellen Belangen ist es vor allem Buffetts Charakter, der die Menschen beeindruckt. Trotz Milliarden bleibt er für sie fassbar. Er ist ehrlich. Er lebt immer noch in Omaha, ganz normal. Statt in New York, in Saus und Braus. Das schätzen die Leute. Er zahlt sich nur 100.000 Dollar Lohn und lebt genau so, wie er es immer schon getan hat. Ja, hier ist die Finanzwelt noch in Ordnung. Gerne hätte man Buffett selbst dazu befragt, doch im grossen Zirkus Berkshire Hathaway war dafür keine Zeit. Und so heisst es, gute Nacht, Omaha, gute Nacht, Warren Buffett. Stopp. Nicht so schnell. Das hier ist Amerika. Hier ist bekanntlich alles möglich. Warum nicht in diesem Hotel? Hier irgendwo soll Buffett heute auftauchen. Und tatsächlich, er gewährt eine Audienz. Genau genommen mehrere. Doch die Regeln sind strikt. Eine Frage muss genügen. Ich habe da was für Sie. Oh, den nehme ich. Wofür ist der? Wenn das der einzige Dollar wäre, den Sie anlegen könnten, wo würden Sie ihn investieren? Wahrscheinlich in Berkshire Hathaway, aber nur aus Sentimentalität. Was ist mit Schweizer Firmen interessiert? Ja, klar, an einigen. Es gibt dort grosse, sehr gute Firmen. Bis jetzt waren die einfach nicht besonders billig. Ihr habt aber einige Branchen, wo ich mich auskenne. Nahrungsmittel zum Beispiel, Pharma oder auch Uhren. Ziemlich viele Sachen, die mich interessieren. Wenn der Preis stimmt, steige ich ein. Und dann ist er auch schon weg. Warren Buffett kommt morgen in die Schweiz. Vielleicht spielen Sie ja schon lange mit dem Gedanken, Ihre Firma zu verkaufen. Das wäre jetzt Ihre Chance. Gerade für Sie hat Echo bei Warren Buffett etwas genauer nachgefragt. Ich hoffe, dass die grösseren Schweizer Familienunternehmen auch an uns denken, wenn sie irgendwann in Zukunft über einen Verkauf nachdenken. Berkshire Hathaway könnte ein neues Zuhause sein. Wenn sie mich dann anrufen, nur wenn sie wollen natürlich, weil sie aus irgendeinem Grund verkaufen wollen, dann sollen sie sehen, dass Berkshire Hathaway der beste Platz für ihre Firma ist. Und hier haben sie ihren Dollar zurück. Auch mit 77 Jahren kann er es nicht lassen. Ab Donnerstag...